hallo grüßt euch liebe leute hier auf dem kanal vom pvb ok schön dass ihr wieder alle eingeschaltet habt freut mich doch unheimlich ja die glocke die ihr betätigt habt weil er mich abonniert habt hat natürlich euch wieder mitgeteilt ein neues video habe ich hochgeladen und weiter geht es hier in der serie ich stelle dich vor beziehungsweise ich versuche dich ins richtige rampenlicht von youtube zu stellen und ja da möchte ich euch heute eine hardcore power lady vorstellen ihr kanal nennt sich sarah sarah 007 und ja sie möchte einfach doch nur spielen nettes banner schaut recht nice aus und hier haben wir die übersichtsseite sie hat 217 abonnenten ja das ist also für ein speziell für eine spezialagenten 007 viel zu wenig die müsste also wesentlich mehr haben also geben wir ihr etwas youtube liebe und schauen wir doch mal dass ihr paar abos dazu kommen ein paar likes dazu kommen und schöne kommentare geschrieben werden ja und ihr dürft natürlich dann hier mal in die video beschreibung von mir schauen da findet ihr natürlich ganz oben den link zu ihrem kanal und ganz unten findet ihr auch einen link den mein kanal betrifft oder machen wir mal hier weiter mit diesem wunderbaren kanal wir haben jetzt die übersicht gesehen aber wechseln wir mal hier auf die videos und ihr seht schon ja diese power frau die lässt nichts anbrennen die macht spiele ja die zockt mancher kerl nicht da haben wir einmal ja skyrim wir haben fallout wir haben noch viel anderes wir haben terminator soll ich das jetzt alles vorlesen reddit online und was sind wir noch switcher ja also sind alles klasse spiele da kann man überhaupt gar nichts sagen da bleibt kein auge trocken wenn man sich die spiele anschaut und vor allen dingen es sind gute spiele top spiele sind es die sie hier in ihrem report war drinnen hat und dann wechseln wir einfach mal hoch in die nächste kategorie wir schauen mal in die playlists rein eigene playlists let's play ja oder nein multiplayer und koop zeugs ja ok sie hat also ihre playlisten schon mal angelegt und das auch gut sortiert dann schauen wir mal auf die kanäle da kenne ich einmal hopfig gaming potato und ja pvb ok ist auch dabei wunderbar danke sarah sarah 007 für dein abo und als dank dafür stelle ich dich auch vor und dann schauen wir mal in die diskussion zur runde da oder gibt es ja ganz viel hier zu lesen sie spricht und moderiert auch über die neuesten mods ja also gar nicht verkehrt die frau ist gut informiert und dann schauen wir mal in die kanal info ich mag games und das möchte ich euch zeigen bei mir gibt es games pur mit allen fails und tode die es gibt hier findet ihr rg rpg action und ein wenig horror wenn ihr den kanal unterstützen möchtet könnt ihr das gerne mit einem abo tun würde mich sehr darüber freuen vielen lieben dank und sie ist seit 25 2 15 beigetreten ja das sind jetzt also roundabout zwei jahre 53.000 aufrufe insgesamt ja da sollte man schon was dagegen unternehmen das werden wir halt jetzt mal versuchen ob es uns auch gelingt wissen wir es natürlich nicht und wir wechseln dann einmal in drei nicht von mir ausgesuchte schnipsel die habe ich einfach nur so mal angewählt und dann steigen wir einmal bei terminator und dann schauen wir mal was macht sie denn da lustig ist hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von terminator resistance ja hier ist viel los wie ihr seht der kommentar kommt ein bisschen leise von ihr rüber was ist aber diese probleme die habe ich auch manchmal dass man den in geben sound und den mic sound nicht ganz so hundertprozentig ausgesteuert hat so was soll vorkommen nein ja jetzt wollen wir doch mal sehen ein bisschen action wir werden einfach mal ein bisschen machen wir mal bis dahin hoffentlich leiert es nicht so lang manchmal mag das youtube gar nicht das sollte man lieber die pause taste drücken und dann vorspulen ich glaube ich lauf zurück ja jetzt möchte ich mal sehen dass der präsentator angreift ja gut hilft nichts wir werden dann hier aus diesen schnipseln aussteigen da haben wir jetzt nicht ganz so viel gesehen was ich eigentlich sehen wollte gut schauen wir mal in den nächsten schnipseln hinein schauen wir mal in fallout fallout hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von ja leider ist auch da das mikrofon etwas leise von ihr ich habe schon alles auf voll power gestellt das ist aber nicht das manko wenn man kopfhörer auf hat ist das alles kein problem ja wir wollen kennt cool 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 das finde ich cool krieg das nicht mal mit klüge wand ja ich nehme den ventilator jetzt nicht gut mal dass mir die nackenhaare dermaßen zu berge stehen kann sein also hier haben wir gespeichert ich finde es schön dass sie auch so ständig kommentiert ja okay dann werden wir auch hier uns aus diesem schnipsel verabschieden keine große action jetzt gesehen ist natürlich pech macht sich immer nicht so gut wenn man etwas vorstellen möchte und es passiert gerade nichts ich kann aber auch nicht hier dauernd durch scrollen bis was passiert weil ich nicht weiß wann was passiert auf jeden fall schaut es hier schon einmal sehr gruselig wieder aus mit den skeletten die da rumliegen und dann steigen wir ganz einfach ein in den nächsten schnipsel das sind wir mal bei skyrim ok auf geht's ja hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von skyrim special edition modded es ist nachts und ich bin gerade ja ich habe das pech gehabt dass ich jetzt in diesen drei schnipseln die ich ausgewählt habe momentan nicht recht viel los ist und vor allen dingen jetzt habe ich wieder die nacht erwischt dann machen wir mal elf stunden ungefähr ja ich glaube sie ist ja bald ausgeruht dann geht es weiter nach weißlauf ein paar geschenke für unsere tochter und sachen wir sind heute einfach jetzt mal vor in der hoffnung wir sehen gerade schnell noch was und das schon ja skyrim ist auch ein schönes spiel kann man also sich auch nicht nur stunden dran verweilen sondern ja ganze monate so kann es gehen ja da ist also nicht viel passiert macht aber auch nichts zumindest ist es ja so ihr sollt eigentlich ja nur einen kleinen einblick in diesen kanal bekommen ihr müsst für euch selber entscheiden jetzt ist er glaube ich festgepackt oder so vielleicht hilft hüpfen meistens hilft es hüpfen fest oder was und ihr sollt ihr für euch entscheiden ob ihr in diesen kanal mal rein geht und wenn er euch gefällt dann lasst ein abo da schreibt einen kommentar schreibt bitte dazu wenn ihr ein abo vergebt dass ihr vom kanal pvb ok kommt dann wissen wir beide bescheid sie weiß dass sie vielleicht durch mein vorstellungsvideo ein zwei drei abonnenten dazu bekommen hat und ich weiß dass meine arbeit hier nicht ganz umsonst gewesen ist würde mich natürlich freuen und sie wahrscheinlich auch wenn da paar abonnenten hängen bleiben würden ja und dann sage ich recht herzlichen dank liebe leute dass ihr wieder eure zeit geopfert habt hier rein zu schauen auf meinen kanal pvb ok ihr dürft natürlich auch für meinen kanal werbung machen wie ihr wollt wo ihr wollt habe ich nichts dagegen und ich werde mich natürlich auch über neue abonnenten die ich begrüßen kann freuen natürlich freue ich mich auch über likes und kommentare ganz logisch und ja dann sollte es eigentlich erst einmal gewesen sein dann wünsche ich ihr noch recht viel spaß in ihren spielern viel erfolg mit dem kanal und dann sage ich einmal holt rio bis zum nächsten video tschüss bye bye arrivederci euer pvb ok was hier